Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. So, wir sind hier in der Savannenhalle des Vogelhauses. Wir haben hier zehn verschiedene Vogelarten, die werden wir jetzt gemeinsam füttern gehen. Wir verfüttern heute Wachsmotten. Die Spinte sind schon fleißig unterwegs. Wir haben hier in der Halle vier Weissteinstinte. Die gehören zu den Vertretern der Bienenfresser, die bei uns auch heimisch sind, die europäischen. Nur ist das die afrikanische Variante. Sie fressen Insekten, die sie aus dem Flug fangen. Wie der Name schon sagt Bienenfresser, hauptsächlich Insektenbienen, die sie aus dem Flug fangen. Sie haben diesen typischen Gleitflug und vielleicht komme ich nochmal her. Wachsmottenlarven sind das. Die verpuffeln sich jetzt für diese Faltern. Wir haben hier zum Beispiel unsere Kilimanjaro-Bergbrillenvögel. Die sind super neugierig. Und ich bin auch viel gekommen. Und ich bin auch viel gekommen. Die sind schon mal zu viel. Das hat es schon mal zu wollen. Außerwe勢-Bergbrillenvögel. Die sind 원래 nicht zu viel. Aber die sind vom Flugzeugen, die sie aus dem Flugzeugen stehen. Wachsmotten, die sie aus dem Flugzeugen und die sie aus dem Flugzeugen sind. Die sind dann auf dem Flugzeugen. Die sind jetzt gleich im Flugzeugen von der Kilimanjaro-Bergüningen. Wachsmotten, die Körper, die sie aus dem Flugzeugen sind. Die sind viele. Das ist sozusagen das Fliebingsverstecken von unseren ganzen Züringen, dieser Bleistiftbaum. Da sitzen die ganzen Goldbrüstchen drinnen, die Oryxweber sitzen da gerne drinnen, die ganzen Kilimandscharo-Bergbrühlenbögen können sich da gut verstecken, das ist halt eine dichte Vegetation. Wir haben da in der Halle und vor allem auch in dem Bleistiftbaum viele Nester, wo sie ganz gerne brüten. Wir schauen auch, dass wir jede Woche mindestens einmal jeden Vogel in jeder Halle sehen. Die unterschiedlichen Arten erkennt man eh ganz leicht und wir müssen dann auch immer auf die Füße schauen, die ganzen Vögel werden beringt und anhand der Ringfarbe und der Ringnummer kann man halt die Vögel gut auseinanderhalten. Und da wird dann immer auf einer Liste bei uns abgehakt, welcher Vogel wurde gesehen und welcher nicht. So hat man einen ganz guten Überblick. So hat man einen guten Überblick. Bis zum nächsten Mal. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.